Musik Mein Highlight jedes Jahr ist immer, wenn ich zu Graz umfahre, nach Urlaub. Ein Städtetrip nach Paris. Die Deutsche Meisterschaft der A-Jugend, in der wir Vizemeister wurden. Ich habe jedes Jahr den Skiurlaub mit meiner Familie. Urlaub mit meiner Freundin auf jeden Fall. Sicherlich unter anderem der Sieg mit meinem damaligen Verein TSV Hannover-Burgdorf zu Hause gegen die HSG Wetzlar. Das Onkelz-Konzert. Die erste Geburtstag von meiner Tochter. Auf jeden Fall auch die erste Geburtstag von meiner Tochter um das ganze Jahr. Sieg gegen Rhein-Neckar-Löwen, der Rundenstart oder persönliche Highlights, der komplette Sommer. Vielleicht mein erstes Spiel nach der langen Verletzungspause. Der erste Familienurlaub mit meiner Tochter. Auf jeden Fall mein erstes Bundesligaspiel, das ich hier bestreiten durfte. Die Siege gegen Flensburg und Rhein-Neckar-Löwen auf sportlicher Ebene, auf persönlicher Ebene. Dass ich wieder zusammenkomme mit meiner Freundin. Meins melhores Momentos de 2015 war, als ich der 3. Kampion für das Foto-Klube-Port. Und das erste Spiel des Bundesliga-Burgd. Das war der erste Spiel des Bundesliga-Burgd. Das Beste für mich war, wie auch immer, Urlaub in meiner Heimat, in meiner Familie. Highlight, natürlich meine Hochzeit dieses Jahr. Ich wünsche euch und euren Familien und Freunden ein wunderschönes Weihnachtsfest. In der Seligen wünsche ich auch allen frohen Weihnachten. Und schöne Feiertage im Kreise eurer Familie. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Einen schönen 26. bei uns in der Arena. Und ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten. Besinnliches Fest, ja, ein entspanntes Weihnachtsfest. Ähm, ja, ganz liebe Weihnachtsgrüße. Und schöne Weihnachten, na? Hallo und herzlich willkommen zum Mediatools Adventskalender. Sichert euch jetzt mein Tricket. Ist das drin? Ne. Für nur 30 Euro. Scheiße. Mit allen Unterschriften der Spieler. Für 30 Euro. Für 30 Euro. Unser diesjähriges Weihnachtsangebot bestehend aus einem... Sichert euch unser diesjähriges... Das gibt's doch nett. Ganz sicher und. Mach ich holzt. Vielleicht verwechseln wir uns, ja. Wir beide wünschen euch viel Spaß, nochmal. Wir beide wünschen euch viel Spaß bei unserem Zimmerduell. Jetzt hab ich alle Möglichkeiten durch, ne? Jetzt hast du's gleich. Du bist der Studierte. Danke. Du arbeitest mit einzig... Ja und? Du bist aber der Studierte. Du bist der Akademiker. Was sollen wir denn sagen überhaupt? Wir sehen jetzt das... Was? Duell? Ihr seht jetzt das... Zimmerduell. Ah, Zimmerduell. Was ist das denn? Ich bin immer bei Familienduell hier oder sowas. Zimmer. Du sagst Zimmer, nicht Duell. Ich sag eigentlich alles. Ihr seht jetzt das Zimmerduell zwischen... Nochmal neu. Schullehrer. Der schreibt nicht mehr richtig. Nicht abschreiben, Herr Sro. Nein. Du fängst an. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Zum in, nach draußen. Warte. So, nochmal? Ja. So, noch mal. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Das kommt auch... Das ist ein Toaster-Wei. Ja. Wie, wie macht man das? Nee. Absolut richtig. Wie macht man das? Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das hat man noch gar nicht diskutiert. Ist doch egal. Ich bin drauf gekommen. Das Ei war Ablenkung. Das ist echt gut. Na, ich bin gleich. Toaster-Wei. Und ist es weg. Nochmal, bitte. Mikrofon. Komm, flüstern. Gut gesagt. Was soll ich anfangen? Ja, herzlich willkommen zum HSG-Adventskalender. Ja, herzlich willkommen zum HSG-Adventskalender. Das erinnert mich ja nur wie Owey. Beim nächsten Mal kommt Kai aus der Kiste. Das erinnert mich aber, das ist sehr,, sehr, sehr grappig. Vielen Dank.